Hallo, auf dem Weg zwischen Basel und dem Südtirol bin ich hier an der Supercharterstation Mayenfeld. Das ist bei Bad Ragaz, eine relativ große Anlage. Direkt an einem Hotel gelegen, einem Heidiland Hotel, dort hinten ist das Hotel, also gibt es noch gute Toiletten, vielleicht auch was zu essen. So, jetzt lasse ich mal die Drohne steigen und dann schauen wir uns diese Ladestation von oben an. Musik 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 hier ist ja eine interessante autonome aus england hi how are you good good thank you so an english license plate where you come from now we just we just came up from monaco but this car is from london it's from london yeah and how long did it take you to get here from monaco uh gosh it wasn't too bad actually it was about uh about five or six hours and you had to charge how many times i think it was a total of twice twice yeah excellent yeah because i see this is the uh with the red brakes this is sort of the the power version of the yeah ludicrous plus yeah do you use that ever the ludicrous you know sometimes i mean it depends you know you sometimes you need to put a mclaren to shame and you need to let people know that the performance of electric powered vehicles is superior to the combustion engine so yeah and are you happy with this uh with the model very happy yeah very happy it's it's i mean it's the future so it's nice to be part of that is it is it the first tesla that you found yes we've had we've had other teslas in the family but the the x is my first tesla yeah well thank you very much well enjoy your trip thank you bye bye all the best da hier mein netter herr mit einem älteren model x offenbar so das vierte oder fünfte was es in der schweiz gab immer wieder beeindruckend die flügeltüren und was mir natürlich immer gut gefällt die echt ledersitze und nicht das vegane leden was es jetzt seit paar jahren nur noch ausschließlich gibt hier neben dran ein anderer model x mit außenspiegeln vielleicht mit einem wohnwagen guten tag hoi sehe gerade mit hund ja wie alt ist der hund neun wochen sie haben den wohnwagen geht das gut mit dem wohnwagen ja das ist super ja guter tag wie groß ist der wohnwagen also gewicht ja oder wie viele leute ist es also zwei tonnen ist es schwer zwei tonnen und der verbrauch steigt sehr mit dem tesla wenn man den wohnwagen hinterher hat ja wir sagen doppelt aber es ist nicht doppelt es ist vielleicht etwa ein drittel mehr aha das sind der erste tesla wohnwagen fahrer von ich sehe also schöne fahrt noch vielen dank bis zum nächsten Mal